Wir sprechen heute über ein festes Shampoo, nämlich dieses hier. Und wie ich das gefunden habe, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Und ich stelle ja in einem ganz besonderen, mir am Herzen liegenden Format fester Shampoos vor. Und wenn du mal hier unter dem i guckst, findest du einen Ort mal, da sind schon einige drin. Ich finde es ganz gut, mal Hersteller zu vergleichen. Ob du jetzt Shampoo nimmst oder ein Shampoo gegen fettige Haare oder so. Das spielt im Endeffekt, was die Konsistenz betrifft, nicht wirklich eine Rolle. Das hier hatte ich bei Eco Verde bestellt. Und da hatte ich so eine gewisse, ich weiß nicht, Voreinstellung. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger und habe das immer so ein bisschen auf die Seite gelegt, weil ich mir immer gedacht habe, das schneeht so groß und so. Und das war falsch. Dieses Shampoo ist von Secrets de Provence. Von der Marke hatte ich schon mal, meine ich, ein Gesichtswasser. Das hier ist sowas wie, keine Ahnung, ein Donut oder so. Und die Form ist natürlich sehr außergewöhnlich. Man sieht die ist auf der Oberfläche nicht unbedingt gerade, was eigentlich geschickt ist, wenn man es so machen möchte. Ich gehe bei Shampoos meistens immer so vor, dass ich die von der Seite her auch wegnehme. Weil irgendwann hast du so eine flache Fläche. Und es gibt zwar diese Sisal-Säckchen. Ich habe ja eins für Seife. Ich brauche unbedingt nochmal eins. Hier müssen wir eins für Shampoo dann auch besorgen. Und mit dem kannst du dann auch die Reste auftragen. Aber im Moment habe ich eben noch keins. Und ich versuche halt, wenn sich diese Seifen abbrauchen, dass ich die so abbrauche, dass ich die noch in die Hand nehmen kann, wenn sie kleiner werden. Daher ist die Form gar nicht mal so übel. Vom Geruch her ist es einfach großartig. Ich habe das oft gemacht und habe mir gleich so... Aber ich war so ein bisschen von der Konsistenz her ähnelts mehr noch Seife als irgendwie einem festen Shampoo. Aber es ist ein festes Shampoo. Das ist jetzt ein Schuppenshampoo. Und ein Nachteil habt ihr ja bereits schon gesehen. Der Hersteller verwendet eine Plastikverpackung. Also einzelne Shampoos, das habe ich auf Ecoverde gesehen, sind bereits in Papi verpackt. Warum das jetzt hier in Plastik ist, weiß ich nicht. Ich werde euch jetzt mal hier die Inhaltsstoffe einblenden. Und ich bin von diesem Shampoo echt begeistert. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist so dieser absolute Aha-Effekt, weil ich im Voraus so dachte, das war so günstig, das kann nichts sein. Also wenn man preislich jetzt die Shampoos, die ich bereits schon vorgestellt habe, guckt auf jeden Fall unter dem i nach. Da ist schon eine sehr hohe Preisspange. Sternweise kosten die Shampoos 13,14 Euro. Und das kommt jetzt erst mal... Also das kostet eben nur 7 Euro. Und der Duft ist halt echt nicht aufdringlich. Es riecht schon nach sauber. Aber es ist jetzt nicht so mega aufdringlich. Also es ist eher so ein dezenter Duft. Wenn du das Shampoo aufträgst... Ich habe jetzt im Moment, da ich die Pille abgesetzt habe und meine Haut total rumspinnt... Mega fitige Haare. Also gestern erst gewaschen, das sieht man jetzt natürlich nicht. Aber ich muss zweimal die Woche meine Haare waschen. Und von der Kopfhaut her habe ich natürlich eine Schuppe gehaut. Sonst würde ich so ein Shampoo nicht verwenden. Und ein wesentlicher Unterschied jetzt zum Beispiel zu dem Lass-Shampoo, das ich bereits schon vorgestellt habe. Du guckst unter dem i. Ist das halt einfach super sanft. Ja, es ist nicht so eine Keule wie dieses Lass-Shampoo, die halt mit stärkeren Tensiden arbeiten. Sulfaten, nicht Tensiden, Entschuldigung. Und da merkt man halt hier, dass es eben nicht der Fall ist. Beim ersten Mal schäumt es nicht so stark. Also man muss erst mal auftragen und die Haare so ein bisschen sauber machen. Und ihr kennt diesen Effekt so, wenn man erstes Mal gewaschen hat. Und im Moment habe ich eben, wie gesagt, das Problem, dass ich super fettige Haare habe, wenn ich sie wasche. Was zwar mal in der Woche der Fall ist. Und da braucht es eben erst mal eine Wäsche. Und dann mache ich es nochmal. Und dann hat es aber so einen ganz kompakten und schönen Schaum. Den habe ich jetzt bei keinem anderen festen Shampoo so erlebt. Also es ist ein richtig angenehmer und fester Schaum. Und ich vertrage es von der Kopfhaut her super. Ich finde, es ist nicht immer sinnvoll, ein Shampoo zu verwenden, was so austrocknet, wenn du eh schon Schuppen hast. Weil das einfach, die Kopfhaut kann sich nicht regulieren. Klar würde ich mir hier jetzt vielleicht noch ein paar Kräuter mehr wünschen. Aber das ist eben nur, was man im ersten Moment sieht. Also das Shampoo ist wirklich gut. Es hat mich auch eben nicht angesprochen, weil es weiß war. Weil ich diesem Shampoo einfach irgendwie keine Wirkstoffe zugesprochen habe. Ich weiß auch nicht. Und dann war es eben so, dass eben die Plastikverpackung auch nicht gerade für sich gesprochen hat. Also das ist das erste feste Shampoo, was ich zweimal pro Woche jetzt verwendet habe. Weil das war bei den anderen jetzt nicht so der Fall. Weil sich eben bei mir einiges auf dem Kopf einfach geändert hat. Und ich habe das jetzt schon vier Wochen anwickelt sozusagen. Und da hat sich echt noch gar nichts getan. Der Hersteller behauptet, das wären zwei Packungen Shampoo. Kann ich so jetzt auch nicht unbedingt behaupten. Aber ich kann euch eben sagen, dass ich da nicht viel abgebraucht habe. In der Zeit, wo ich sie jetzt verwendet habe. Das wäre jetzt wirklich so ein Produkt, was ich unbedingt wieder nachkaufen würde. Weil es ist einfach günstig mit 7 Euro. Du kannst einfach nichts anderes irgendwie, du kannst nichts Schlechtes sagen. Der Preis ist super, die Wirkung ist super. Und ja, im Vergleich zu dem Lash Shampoo, der Wind ist umwelten. Bei dem Lash Shampoo hast du noch schön Kräuter und so. Das ist immer gut für die Psyche, finde ich, wenn du sowas siehst. Aber muss nicht. Muss echt nicht. Kennst du dieses Shampoo? Falls du damit schon Erfahrungen gemacht hast, kannst du mir das gerne unten in den Kommentaren mal schreiben. Auch wenn sich das komplett von meiner Erfahrung abhebt, ist es einfach wichtig für meine Zuschauer, dass wenn du eine andere Erfahrung gemacht hast, du die eben den Zuschauern von mir mitteilst. Also du bist sozusagen eine Hilfe auch für andere. Jeder Kopf ist anders und jeder reagiert auf Wirkstoffe unterschiedlich. Ich finde es halt super, das ist mindestens genauso leicht zu erhalten wie jetzt beispielsweise. Keine Ahnung, ein Lash Shampoo. Lash gibt es nicht überall. Ich habe direkt in meiner Stadt auch kein Lash. Also ich müsste es auch jetzt in Konstanz holen oder bestellen. Und hier hat man es einfach bei Eco Verde. Wenn man immer bei Eco Verde bestellt, die haben oft mal so Prozentgeschichten, wo man 10% kriegt und so. Und wenn man sich das immer ausprobieren möchte, kann man sich das einfach dazu kaufen. Und das anscheinend hat der Hersteller geschrieben, das ist mit Haken, aber ich sehe keine Ahken. Ich verstehe das nicht. Das ist auf der Webseite auch so erklärt. Vielleicht durch den... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es definitiv nicht. Also du guckst auf jeden Fall mal unter dem Ida, findest du weitere Reviews zum Thema. Ich melde mich an der Stelle jetzt wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.